Herzlich Willkommen bei der Überse... Ich höre mich nicht, ich höre mich nicht. Herzlich Willkommen. Du hörst nun den Talk, die Simulation der Zukunft des globalen Agrar- und Essenssystems vom 34. Chaos Communication Kongress in der Übersetzung von Michael und Afrona. Er ist ein Postdoc und kümmert sich um Klimaerwärmung, Zyklusimulationen und was wir von dem alle mitnehmen können und was wir lernen können erfährt ihr jetzt. Vielen Dank. Ich arbeite bei diesem wunderbaren Institut hier, was ein bisschen aussieht wie eine Raumstation. Was wir machen ist eine Simulation von vielen verschiedenen Wissenschaften, also von Naturwissenschaften bis hin zu Sozialwissenschaften. Aber dieser Campus hat eine sehr lange Geschichte von Wissenschaften. Das war mal das astrophysische Observatorium und ein meteorologisches Observatorium und viele Experimente wurden dort gemacht. Zum Beispiel der G-Wert, also die Gravitation wurde dort gemessen, das erste Erdbeben wurde dort aufgezeichnet und manche der Relativitätstheorie-Probleme wurden dort in diesem vorherigen Institut gelöst. Seit 1990 ist es das Institut für Klimaforschung und was man hier sehen kann, sind die alten Kuppeln, die in sich früher die Teleskope hatten. Und diese Teleskope sind ein bisschen ein Symbol für die ersten wissenschaftlichen Revolutionen, also die Kopernische Revolution, zum Beispiel was vor 400 Jahren stattgefunden hat. Und diese Revolution wurde durch die technische Entwicklung von Linsen ermöglicht. Das hat es ermöglicht, Mikroskope und Teleskope zu benutzen. Und das hat wieder eine ganz neue Ebene der Wissenschaft eröffnet, weil man Sachen sehen konnte, die sehr klein oder sehr groß sind. Oder sehr weit weg sind. Und man konnte das erste Mal sozusagen in komplexe Systeme wirklich reinschauen. Also z.B. in der Zelle oder in unser Universum. Manche Menschen argumentieren, dass wir in der zweiten Kopernischen Winde leben. Und was ist das? Und das wird ausgelöst durch Makroskope. Wahrscheinlich hat auch niemand von euch gehört, was es ist, denn es wurde erfunden. Aber vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was es ist, das Umgedrehte eines Mikroskops. Also statt dass es euch Sachen in mehr Detailgrad zeigt, zeigt es euch Sachen mit weniger Detail. Also es reduziert die Komplexität der normalen Welt. Und das ist wirklich notwendig, denn die Komplexität der Realität ist sehr überwählmend. Und wenn man Entscheidungen treffen muss, müssen wir manchmal einfachere Welten der Realität haben, um sie noch verstehen zu können. Und wie kann so ein Makroskop aussehen? Also der erste Ansatz ist ganz simpel. Wenn du etwas mit weniger Detail sehen möchtest, gehst du einfach einen Schritt zurück oder zwei Schritte oder vielleicht noch weiter. Also eine Option ist z.B. ein Satellit. Wenn du von einem Satelliten aus auf die Erde schaust, kannst du die Makroentwicklung auf dem Planeten sehen. Und Sachen, die du sehen kannst, sind zum einen, die Erde ist ein sehr schöner Planet. Aber man kann auch andere Sachen sehen, also was passiert auf dem Planeten. Also dass Straßen in Wälder gehen, dass wir Wälder niederbrennen auf der ganzen Welt. Und dass wir bei Nacht die Nacht zum Tag machen durch Lichter aus den Städten. Und man kann sehen, wie wir den Planeten verändern, wie wir modifizieren, wie er aussieht. Man kann eindeutig sehen, dass wir im anthroposophischen Zeitalter leben. Wenn man das System, die Erde in einer reduzierten Form sehen möchte, kann man es auch einfach alles reduzieren. Das wurde in den 1990ern durchgeführt mit den Biosphäre-2-Experimenten. Also im Prinzip ein ganzes Erdsystem in einem Glashaus, was einen Urwald hat, was eine Wüste hat, einen Ozean hat. Und acht Wissenschaftler, also Menschen, leben darin. Man könnte es als einen erfolgreichen Fehlschlag sehen, denn nach sehr kurzer Zeit ist das ganze Ökosystem bereits kollabiert. Die Fische im Meer sind gestorben. Das System wurde von Ameisen und Schaben überrannt. Die CO2-Level sind gigantisch gestiegen und die Wissenschaftler, die da drin im Prinzip eingeschlossen waren, wurden ziemlich hungrig. Und am Ende des Experiments mussten sie tatsächlich Essen von draußen reinliefern. Also es ist nicht so einfach, so ein Erdensystem zu simulieren. Und wir können eigentlich froh sein, dass wir in einem so stabilen, wie wir es aktuell haben, leben. Und die dritte Möglichkeit, sowas zu machen, ist, die echte Welt in eine Art Formel packen, also in ein Computermodell packen. Und dann können wir mit diesem Modell das Erdensystem simulieren. Es hat einen eindeutigen Vorteil, es ist sehr günstig, also man kann es oft ausführen. Du kannst sozusagen mehrere Durchläufe machen, also tausende Simulationen laufen lassen. Und in der Realität haben wir ja nur einen Planeten. Also können wir nur ein Experiment in der Realität machen und dann ist es halt das, in dem wir aktuell leben. Also es gibt keine Möglichkeit, das zu wiederholen, wenn wir es verkackt haben. Also wenn wir das Klima zerstört haben oder sowas anderes. Das hier ist das erste Computermodell oder das erste weit bekannte Computermodell. Das ist das Welt-3-Modell von 1972. Das kennt man vielleicht von dem Report, das Limit des Wachstums aus dem Club of Rome. Also die Idee ist, dass wenn man ein exponentielles Wachstum der Ökonomie und der Bevölkerung hat, während man limitierte natürliche Ressourcen hat, wird es einen Punkt geben, an dem das Sozialsystem kollabiert, wo die Population runtergeht auf ein Level, auf dem der Planet es noch unterstützen kann. Also natürlich war das eines der ersten Modelle, es war sehr einfach und es war sehr stark kritisiert, weil es übersimplifiziert war und glücklicherweise sind diese Projektionen nicht wahr geworden oder Prognosen. Aber es zeigt uns schon, dass es durch das Auslösen einer großen Debatte sehr nützlich war, so ein Computermodell zu haben. Denn auf einmal haben wir weite Zeiträume betrachtet in die Zukunft hinein und natürlich haben wir nicht damit aufgehört mit diesem einen Computermodell, sondern wir haben sie immer weiterentwickelt. Also das hier war 1972, vor 45 Jahren, 35 Jahren und seitdem sind natürlich Computer deutlich leistungsstärker geworden und ein bisschen langsamere Entwicklung in der Wissenschaftsentwicklung ist passiert und wir sind auch immer an dem Problem, gute Simulationen zu erstellen. Aber sie sind natürlich immer falsch oder nicht optimal, weil sie immer Sachen auslassen, weil sie simplifiziert sind, aber sie sind gut für uns, weil sie uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Also am Potsdamer Institut haben wir eine große Auswahl, eine Variation an Modellen. Zum Beispiel gibt es Klimamodelle, die in ein Vegetationsmodell ihre Daten geben, das sozusagen die ganzen Sachen wie Atmosphäre und Nahrungsproduktion und sowas simulieren kann. Und Informationen daraus werden dann zum Beispiel in ein Landnutzungs- und Agrokulturmodell überführt werden. Und dann haben wir wieder ein makroökonomisches Modell, welches dann zum Beispiel auch die Energie betrachtet, was die Entwicklung der Industrie, des Service-Sektors, des Energiesektors und natürlich auch des CO2-Sektors zeigt, was simuliert. Ich möchte mich auf Magpie beziehen dieses Mal in diesem Talk. Das ist das Modell, das Magpie-Modell wurde entwickelt von einer großen Gruppe von ungefähr 14, 15 Leuten und von verschiedenen Hintergründen mit verschiedenen Fertigkeiten. Wir haben Physiker, wir haben Wirtschaftswissenschaftler, Biologen, Geologen und so weiter. Und die einfache Frage, die wir beantworten wollen, ist, wie wird das globale Essenssystem, Agrarsystem im Jahr 2015 und danach aussehen? Wieso ist das wichtig? Für dich persönlich wird wahrscheinlich die Landwirtschaft nicht so persönlich wichtig sein, aber für alle, die in der Natur arbeiten, ist das unglaublich wichtig für uns. Wenn man sich anguckt, 30% des Landes ist Agrarkultur. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Treibhausgase, 25% der CO2 kommt durch die Landwirtschaft und es ist also sehr wichtig, die Landwirtschaft ist sehr wichtig. Wenn man sich das Wasser anguckt, 70% des menschlichen Wasserverbrauchs wird für die Bewässerung von Feldern benutzt. Es geht um Biodiversität, also zusammengefasst, Landwirtschaft ist ein wichtiger Treiber für den Verbrauch auf der Erde. Wir verändern zum Beispiel auch sehr stark die Stickstoffwerte in unserer Atmosphäre und das gibt natürlich auch noch etwas anderes. Agrarkultur ist auch sehr wichtig für uns Menschen, denn wir können ohne Strom leben, aber nicht ohne Essen. Und wenn man auf die 19 global führenden Risikofaktoren schaut für das Sterben von Menschen, 11 von denen sind verbunden irgendwie mit Ernährung. Also entweder essen wir zu viel, Wasserrot ist, oder zu wenig, das ist grün. Also sowas wie Vitaminmangel oder andere Sachen, die man in Mangelerscheinungen hat. Oder zu wenig Brustmilch für Kinder. Aber auch so Sachen wie hoher Blutdruck, Diabetes, Übergewicht. Auf diesen Top sind keine Konflikte, keine Morde oder sowas. Es sind meistens immer nur chronische Erkrankungen und die meisten davon, die wir haben, sind mit unserer täglichen Ernährung verbunden. Wie sieht so ein Modell aus? Also im Prinzip haben wir die Bedürfnisse, also was essen Leute tatsächlich? Oder was brauchen sie als Essen, um ihren Körper benutzen zu können? Also um ihren Körper am Leben zu erhalten? Das hängt natürlich davon ab, wie die Population zusammengesetzt ist und wie groß sie ist und was die Leute einzeln essen. Momentan sind wir bereits bei einer Bevölkerung von 7.6 Millionen. Wir werden aber noch mehr. Wir werden wahrscheinlich 8.5 bis 10 Millionen Menschen bei 2050 sein. Also dann müssen wir nochmal ein bisschen Defragmentierung hier betreiben. Und vielleicht später könnte es weniger werden oder weiter werden oder mehr werden. Aber das hängt viel von Familienplanung und Bildung ab. Und zur gleichen Zeit, was Leute brauchen, um ihren Körper am Leben zu halten, pro Person, ist eigentlich immer dasselbe. Es gibt da Unterschiede, abhängig von der Demografie. Menschen in Afrika haben zum Beispiel ein weniger großes Bedürfnis, weil da halt viele Kinder sind. Und in China sind sehr viele Leute, da hat man hohe Nahrungsbedürfnisse. Aber das wird sich natürlich verändern, wenn wir unter anderem Veränderungen in Afrika zum Beispiel haben, pro Person. Aber in der Realität ist das eine relativ nahe Menge, was man braucht. Also so circa 2.000 bis 2.400 Kalorien pro Person. Aber das ist natürlich nur das, was die Leute benötigen. Aber das, was sie tatsächlich essen, ist eigentlich viel mehr. Also zum Beispiel in Deutschland haben wir 3.500 Kalorien. In China, in Indien ist es zum Beispiel eher bei den Bedürfnissen bei 2.500. Aber es gibt auch eine Menge Überkonsum. Also die Ernährung ist aber auch sehr unterschiedlich. In Deutschland essen wir zum Beispiel sehr viel Fleisch, was die Leute in Nigerien oder in Indien zum Beispiel nicht so tun. Und wir essen tatsächlich nicht so viel Gemüse und Früchte, was für uns wirklich eine Schande ist. Aber ihr könnt hier sehen, wir konsumieren ungefähr ein Drittel mehr, als wir brauchen. Und das ist der Grund dafür im Prinzip, dass wir Müll, also das ist ein ziemlich großer Teil unseres Essensmülles. Ungefähr 30 Prozent des Essens in Haushalten ist Müll. Das schmeißen die Leute weg, wird verschwendet, weil Leute sich halt nicht so sehr dafür interessieren. Und ihr könnt sehen, eine sehr starke Korrelation, sobald die Leute ihren Lebensstandard erhöhen, sobald der Human Development Index steigt, sieht man auch, dass das Essen wegschmeißen oder der Überkonsum zunimmt. Also auch in dem von dem, was die Leute essen, das nimmt zwar auch zu, aber das Größte ist tatsächlich einfach wegschmeißen. Und dasselbe kann man aber auch sehen für den Pro-Personen-Livestock, also die Tierhaltung. Also man kann sehen, dass die Tierhaltung deutlich korreliert mit dem Einkommen. Also man kann das hier in diesem Plot sehen, in den letzten 50 Jahren. Und man kann sehen, dass Länder, die ihren Fleischkonsum, also die ihren, dass Länder ihren Fleischkonsum deutlich erhöht haben, wenn sie von niedrigen zu hohen oder zu mittleren Einkommen kommen. Und wenn sie von mittleren zu hohen kommen, nimmt es wieder ein bisschen ab. Aber auch so Sachen wie Zucker- und Ölkonsum nimmt zu. Unglücklicherweise sieht man das nicht für Obst und Gemüse, was gesund wäre. Aber das ist halt so. Und dann ist es natürlich auch so, dass der Essensverbrauch bereitgestellt werden muss. Es muss gehandelt werden mit Essen. Und neben dem Essen, was eben gebraucht wird in der Landwirtschaft, wird auch angebaut Pflanzen für Energie. Ich weiß nicht, ob ihr den Talk vorher gehört habt, aber das spielt eine weitere Rolle in der Landwirtschaft. Wenn man zum Beispiel den Klimawandel bekämpfen will, dann ist die Bioenergie eine Option, weil diese CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Und natürlich wird das Essen dann weiterverarbeitet. Hier spielt vor allem die Viehhaltung eine große Rolle. Denn um eine Kalorie an Fleischprodukten zu produzieren, braucht man mehrere Kilokalorien für die Pflanzen, die diese Tiere essen. Die Hälfte aller Proteine, die weltweit produziert werden, ist das Fett von Tieren. Und weiterhin wird eine noch größere Menge von Gräsern von Tieren gegessen. Und ganz am Ende hat man Getreide und das Getreide steht auf Land. Und hier sieht man die Dynamiken von dem Landverbrauch und zukünftige Szenarien, wie Acker in der Zukunft sich entwickeln könnten. Vor allem in den tropischen Regionen, da ja da auch vor allem das Bevölkerungswachstum am größten ist. Und neben dem Benutzen von Land, auf der einen Seite hat man natürlich den Anbau. Der größte Anstieg kommt durch die Intensivierung von den bestehenden Äckern. Und hier sieht man, wie viel man ernten muss in der Zukunft, um die Nahrung zu füllen. Natürlich gibt es auch noch Verbindungen mit dem biochemischen Zyklus. Also wie zum Beispiel wir den Carbon- oder den Nitratzyklus verändern oder wie die Wasserknappheit sich verändert. Also zum Beispiel die Wasserknappheit in 2010 oder 2015. Also nicht unbedingt die Wasserknappheit, aber eher wie viel Wasser benutzt wird von dem, was verfügbar ist. Und der Stickstoffzyklus, der drittwichtigste biochemische Zyklus der Welt, hat sich extrem bei der moderner Agrikultur verändert. Wir sind ungefähr bei der fünffachen Menge von dem, was wir vor der Industrialisierung hatten. Und dann am Ende haben wir halt Emissionen. Wenn wir uns ein Szenario überlegen, wo wir nichts machen, simulieren wir, dass die Emissionen weiter wachsen. Um aber tatsächlich unter dem 2 Grad zu sein, müssten wir den Agrarsektor reduzieren. Also das müssten wir entweder durch das Pflanzen von Bäumen oder von Biomasse an sich oder durch das Ansammeln von Carbon in Böden erreichen. Und das ist das ganze integrierte Modell und das Wunderbare daran ist, das ist ein Optimisierungsmodell, wo alles, das alles, alles betrifft, verändert. Also es wird die ganze Kette verändern, wenn man irgendwo etwas verändert. Also zum Beispiel das Nutzungsbedürfnis. Man kann auch immer die Interaktion sehen, zum Beispiel zwischen dem Natrium- und dem Wasserzyklus. Oder man kann zum Beispiel auch gut sehen, also die Vor- und Nachteile, die existieren in unserem System. Also wenn du zum Beispiel nur eine Sache verändern oder optimieren möchtest, ist es ziemlich einfach möglich. Aber wenn du verschiedene Faktoren hast, also mehrere Ziele, die du erreichen willst, also wenn du zum Beispiel genügend Essen für alle bereitstellen möchtest, musst du natürlich auch deine Foodproduktion erhöhen. Aber dann hast du den Einfluss auf die Umgebung wieder. Aber wenn du jetzt die CO2-Gas-Ausstöße reduzieren möchtest, verbrauchst du also Bioenergie, was wiederum einen Einfluss auf die Essenspreise, den Essenskonsum und auf die Ökosphäre hat. Also es ist ein komplexes Problem, also wirklich ein komplexes Problem. Aber es ist möglich, sowas zu transferieren, also unsere Gesellschaft zu verändern, um all diese Faktoren zur selben Zeit zu erreichen. Aber was sehr wichtig ist, ist die Konsumseite. Also wir müssen wirklich reduzieren, wie viel Essen weggeschmissen wird und wie viele Tiere gegessen werden, also bei einer wirklich großen Menge. Also halbieren des Fleischkonsums, halbieren des Wegschmeißens ist bei uns im Westen was, was wir erreichen könnten, aber das ist sehr schwer. Und auf derselben Seite müssen wir das Produktionssystem auch optimieren. Das könnte viel effizienter sein. Zum Beispiel ein Preis auf CO2 würde wahrscheinlich neue Technologien bringen und eben Technologien, die den Ausstoß von CO2 reduzieren. Das sind so die zwei Sachen, die wir am wichtigsten aktuell brauchen. Ein Gesetz, eine Regelung, die Preise auf das Produzieren von CO2 und das Verbrauchen von Wasser und Verschmutzen von Wasser beziehen. Und wir brauchen Regeln, die die Vorlieben der Menschen verändern, indem man ihnen zum Beispiel durch Bildung beibringt. Was ist eine gesunde Diät, wie kochst du zu Hause und so weiter. All diese Dinge, all diese Projekte müssen wirklich gefördert werden. Also was könnt ihr machen? Also ein guter Ratschlag, den ich rausgeben möchte ist, involviert euch ins Modellieren. Die meisten von uns sind eigentlich, also wir sind nicht wirklich Computerwissenschaftler vom Anfang an, aber wir müssen eine Menge davon lernen. Aber wir sind eigentlich von anderen Disziplinen, also Ökonomie oder Biologie oder sowas. Aber die meisten von unserer Zeit sind, ist tatsächlich Softwareentwicklung. Es ist nicht so, dass wir keine Softwareentwickler brauchen. Es ist eher so, dass sehr wenige Leute sich nur wirklich bei uns bewerben. Also einfach mal die Standards der Softwareentwicklung in diesem Feld einbringen, wäre eine wirklich gute Sache. Und das Zweite ist, es gibt wirklich eine Menge Daten, die verfügbar sind in der Öffentlichkeit. Und es sind auch gute Signale, die in die Gesellschaft gebracht werden könnten durch gute Visualisierungstechnik. Oder vielleicht auch künstlerische Projekte oder sowas. Ich möchte euch zum Beispiel ein Beispiel geben, bevor ich zu den Q&As komme. Im letzten Jahr hatten wir hier einen Workshop mit Kunststudenten, die interaktive Installationen mit unseren Daten erschaffen haben. Hier ist zum Beispiel eine auditive Installation, wo die Leute zum Beispiel die Geräusche von verschiedenen Szenarien abhängig hören konnten. Also zum Beispiel ein Szenario, wo alle Bäume niedergebrannt werden. Dann hast du zum Beispiel eher Agrakulturegeräusche oder urbane Geräusche in anderen Bereichen. Oder vielleicht noch eins, weil wir haben nicht so viel Zeit. Das ist ein Kunstprojekt von einem Student aus Bangladesch. Und sie hat eine Klimabox erschaffen. Man kann diese Box betreten, eine Münze reinwerfen und mit Hilfe eines Arduinos fängt dann alles an, sich zu bewegen. Und man bekommt die Geschichte des Klimawandels erzählt. Und zur selben Zeit verändert sich aber auch das Wetter in der Klimabox. Also auf einmal wird es wärmer und da ist ein Gebläse, das warme Luft reinbläst. Und auf einmal wird es anfangen zu regnen und da sind Blitzlichter. Und wenn du nicht weiter Geld reinpackst, dann wird es immer schlimmer. Also immer schlimmer, wenn du kein Geld nachschmeißt. Dieses Kunstprojekt wurde inspiriert. Denn Leute haben gesagt, Leute kommen, sie sehen und begreifen nicht, dass der Klimawandel nicht etwas Abstraktives ist, weil sie das immer nur so Abstrakt sehen. Und dann kam es mit dieser Idee. Okay, jetzt bin ich bereit für die Q&As. Vielen Dank. Everybody with questions, please go to the microphones in the room and internet over the signal angels. So, microphone one, please. Als du über die Bedürfnisse von Menschen geredet hast, hast du vor allem den Kalorienverbrauch angesprochen. Vor allem in Deutschland hast du ja gemeint, dass man den Fleischverbrauch reduzieren sollte. Wenn man sich die Sub-Sahara und die Sahel-Gebiet angucken muss, da kann man ja das nicht verringern, weil dann haben die wieder Miss, dann essen die wieder was Falsches. Natürlich sind Tierproteine auch wichtig. Ich würde nicht sagen, dass die einzige Lösung ist, einfach nur das zu reduzieren. Denn du kannst eine ausgewogene Ernährung auch ohne Tierprotein haben. Aber es ist wirklich eine der größten Probleme, den Konsum von Früchten und Obst zu erhöhen, bei einigen Größenordnungen. Und es gibt da sehr wenig positive Limitierungen, speziell für Gemüse, für die Auswirkungen auf die Gesundheit. Also mehr davon zu konsumieren, macht dich nicht kranker. Natürlich achten wir auf den Zusammenbau der Nahrung. Und wir schauen auch nicht nur auf Tiere gegen Gemüse und Obst. Aber natürlich ist es ein großes Problem, dass wir nicht Sachen wie Nahrungssicherheit gegen Klimawandel ausspielen sollten. Wir sollten beide angehen und zwar so schnell wie möglich. Okay, auf Mikrofon zwei habe ich zwei Fragen. Du hast von Trade-offs geredet. Was denkst du, ist die beste Lösung, um einen guten Trade-off zwischen Biodiversität und der Landrückgewinnung für Biodiversität zu gewinnen? Und die zweite Frage ist, wir in unseren westlichen Zivilisationen sollen ja den Früchte- und Obstverbrauch erhöhen. Aber das heißt ja auch wiederum, dass der Landverbrauch von hochkalorienreichen Essen weggezogen wird hin zu Früchten und Obst. Und das heißt ja wiederum, dass wir wieder mehr Land verbrauchen. Und das fördert ja wiederum, dass wir wieder mehr Rivalität zwischen der globalen Essensverbrauch. Ist das nicht gegensätzlich zur globalen Essens-Security? Und ist das nicht irgendwie alles ziemlich verrückt? Okay, ähm, from... Ähm, klar. Ich habe die erste Frage vergessen. Was war die erste Frage? Die erste Frage war der Trade-off von Land-Conversion und Biodiversität. Ja, klar, da gibt es einen Trade-off, den man machen muss zwischen den beiden. Aber wie ich schon davor gesagt habe, in der Vergangenheit sind nur 10 Prozent... Also in den letzten 50 Jahren ist der Verbrauch des Landes bei nur ungefähr 10 Prozent angestiegen. Und der ganze Rest des Produktivitätssteigerns wurde durch Technologie gemacht. Also aktuell gibt es da große Diskrepanzen zwischen dem, was man eigentlich produzieren könnte und was man produziert. Also wo man die Produktion intensivieren könnte. Und wo es sogar sehr gut wäre, weil man das tun könnte. Und das ohne, dass man dafür wirklich mehr Land in Anspruch nehmen müsste. Natürlich gibt es auch gewisse Bereiche, wo mehr Landnahme möglich wäre. Natürlich ist auch immer ein Trade-off. Und wir versuchen eben sowas mit einzubeziehen in unsere Modelle, da wir zum Beispiel Biodiversität mit einbeziehen. Und zur zweiten Frage auf die Frage von Früchten und Gemüse. Also tatsächlich ist es so, dass Früchte und Gemüse nur einen sehr kleinen Teil der aktuellen Landnutzung ausmachen. Also ordentlich weniger als 10 Prozent. Und zur gleichen Zeit produzieren die ziemlich hohe Werte. Denn das ist nicht wirklich das Land, das benutzt wird, sondern es ist eigentlich Arbeit und Kapital. Es ist nicht unbedingt eine saubere Produktion, weil du einen großen... Also auch Umweltverschmutzung hast, aber bei der Landnutzung riecht nicht so viel aus einer Gemüsefarm. Aber natürlich gibt es da wieder Probleme. Also Zucker zum Beispiel ist sehr günstig, was die Pro-Kalorien-Menge angeht, wenn man es sich pro Kalorie anschaut, auf die Landnutzung ebenso. Aber Früchte und Gemüse bringen im Gegensatz ziemlich wenig Kalorien, aber dafür viel Nahrhaftes. Als nächstes eine Frage aus dem Internet und eine von Mikrofon 5. Und alle anderen sollen danach den Speaker direkt fragen. Internet, was ist deine Frage? Okay. Das ILC fragt, wie kann ich mit Modeling involviert werden? Kann ich mit Magpie, also dem Modell, spielen? Kann ich den Code runterladen irgendwo? Hallo Internet. Also das Modell wird nächstes Jahr Open Source veröffentlicht. Also wir sind aktuell im Prozess, das ganze Rechtszeug zu machen und das alles Open Source zu machen. Und die nächste Version unseres Modells wird Open Source veröffentlicht. Mikrofon 5, bitte. Mikrofon 5, bitte. Hallo, danke für den guten Talk. Ich glaube, letztes Jahr war bereits ein Talk bezüglich Innovation von Pflanzen. Meine Frage hat zwei Dimensionen. Erstens, welche technologischen Inventionen implementierst du in deinem Modell, das zu einer mehr pflanzenreicheren Diät führen würde? Und zweitens, was glaubst du persönlich, wie das Modell verlaufen wird und was für einen Einfluss das haben wird auf die Zukunft? Also du sprichst jetzt halt über pflanzenbasierte Ersatzprodukte für Fleisch. Ja, tatsächlich haben wir darüber eine Studie veröffentlicht dieses Jahr. von einem ziemlich krassen Beispiel, also über landfreie Produktion. Also man kann sozusagen Mikroben aufgrund von Dünger herstellen. Das ist eine Idee von Weltraumnahrung, wurde von den Russen entwickelt und mittlerweile wird es aber auch kommerziell günstiger. Ich vermute, dass es auf jeden Fall passieren wird für manche Bereiche, also für manche Protein-Nahrung. Also zum Beispiel wird das Soja- oder Fischfutter an Tiere verfüttern dadurch ausgetauscht werden. Aber über den tatsächlichen Nährwert des Ganzen weiß ich nicht so viel. Ich bin ein bisschen skeptisch, wie positiv ich das einschätzen soll, aber ich würde es ziemlich realistisch einschätzen. Auch diese ganze Fleischersatzprodukte auf Grundlage von Pflanzennahrung, glaube ich, dass es günstiger werden wird. Und dann wird es einen Punkt geben, an dem einfach nur aus ökonomischen Gründen die Leute anfangen werden, ihren Fleischverbrauch zu reduzieren. Ein Fleischburger zum Beispiel wird zur Hälfte dann aus echtem und zur Hälfte aus falschem Fleisch bestehen, weil es günstiger ist. Und ich glaube, diese Transformation wird passieren irgendwie. Also das Züchten von Tieren einfach nur während deren Fleisch wirkt nach einer Technologie, für das 21. Jahrhundert einfach nicht mehr modern genug ist, wenn du mich fragst. Dann, gib mehr als einen großen Applaus für Dr. Daniel Benjamin Leon Podewski. Podewski. Danke. Das Züchten von Tieren.